10 Minuten, ich habe einen Spawner gefunden. Ach komm, warum will der T-Tipp die ganze Zeit spawnen? Hallöchen und herzlich willkommen in einer weiteren Folge Minecraft Arena mit Riot von Gilly, wir sind da gerade in diesem Turm, aber ich habe mir meine Taktik anders überlegt, ich gehe wieder runter. Was für ein Turm? Ach nichts. Oh, weißt du was irgendwie geil ist? Uh, was? Was ist geil? Ich? Ja, das auch. Ja, schon. Es regt jetzt so nach, aber es ist aus, dass es immer zack. Ah, meine Spielzeuge ist kaputt. Gut, ich muss wieder drauf. Läuft. Nein! Wie zack wäre denn das gerade gewesen? Hätte ich wohl viel Zeit verschwendet. Für mein Vorhaben. Als Ding, das ich will, das muss ich mir aufheben für... Ja. Hm. Hm, das ist eine echt schwierige Entscheide. Geh schon wieder, scheiße. Au! Ich mache hier mal so ein Cobblestone hin. Nicht, dass mich da irgendetwas runterschießt. Das wäre ja grindig, dann wäre ich nämlich tot. Dann würde er ein paar Level verlieren. Boah! Boah! Boah, ich habe mich gut angeschissen, Entschuldigung. Eigentlich völlig unnötig, aber... Ey, oder? So. Was habe ich denn da? Ich habe da doch diese... Das da und das da. Das muss ich auf jeden Fall machen. Ohne dem läuft das Ganze nicht. 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 Und dann mache ich das mal das und dann das. Zack. Und zack. Wie viele Arenen haben wir noch? Äh, ein paar. Drei, wie so, oder? Ja, ja. Nein. Warte, wenn es jetzt vier zu drei steht. Sieben, ja, drei Arenen noch. Theoretisch könnte es unentschieden ausgehen. Da müsste ich jetzt aber schon sehr scheiße sein. Ja, eh. Aber theoretisch kann ich jetzt alle gewinnen und du bist im Arsch. Ja, praktisch könnte sich das eventuell schwierig erstellen. LOL, ich habe sogar einen Pfarrer in meinem Dorf. Das hat gerade keinen Sinn gegeben. Wo ist mein Schwert? Da ist mein Schwert. Hallo, Zombie. Zombie, Zombie, Zombie. Ich will jetzt ein Ambos haben. So, äh, zunächst mal erst mal das hier machen. Das ist das Problem eigentlich. Und das da nicht. Und das brauche ich eigentlich auch. Dafür brauche ich? Wie viele Level brauche ich dafür? Keine Ahnung. Ja, muss ich jetzt mal schauen hier. Ach Gott. Die haben Zweier. Ja gut, das heißt, die kann ich theoretisch auch mal schnell noch aufrüsten. Oha. Kostet ja schon nur viel. Na ja. Macht ja nichts eigentlich. Ja, das geht sich die Folge hier nicht aus. Das geht mir jetzt gerade am Arsch. Läuft nicht so bei dir. Nein. Oh, das kostet 11. Anna, ich muss ja auch anders machen, dann kostet es ja 9. Du, 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 du. Du, du, du. Du, 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 du. Du, 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 du. Du musst jetzt noch schnell 8 Level irgendwie zusammenkriegen. Ja, ich auch. Also mehr als 11, aber... Wurscht. Ah, da habe ich noch einen... XP-Popel gehört. Naja, ich habe in meiner Kindheit zu viel krank geschaut. Ich mache hier eigentlich nur Scheiße. Ja, ich habe in meiner Kindheit zu viel krank geschaut. Wow. Nur Scheiße? Ich mache nichts... Wichtiges. Nein, wie dumm bin ich? Ah! Wieso? Ah, nix. Ich habe gerade meinen Magen ein bisschen verringt. Ich habe was Falsches gegessen. Naja. Mhm. Ich auch. Ich meine es in Minecraft. Na so. Aha. Okay. Ich bin doch nicht so ein Lappenmuss. Das mal essen, was du essen hast müssen. Ich habe noch immer so einen gründigen Geschmack im Mund. Ich habe kein Wasser mehr zum ausspülen. Das ist natürlich immer scheiße. Bisschen. Ich höre irgendwo Wasser. Deswegen werde ich da jetzt mal hingehen. Zu dem Wasser. Na weiter. Ah ja, da ist eine Höhle. Das ist ja Scheiß-Skelette mit Kill-Aura. Gell? Schon arschlicher. Wow! Wo kommt der denn jetzt auf einmal her? Ich brauche wirklich nicht mehr viel davon. Und das geht sich die Folge trotzdem nicht aus. Oh man. Was will der machen? Level oder was? Na, ich habe eine bessere. Nein! Oder? Es ist alles sehr interessant, was du gerade von dir gibst. Ja, ich spreche in komischer Sprache. Ah, das ist mir nichts Neues. Nicht Explo... Okay, explodier halt. Okay. Juckt mich nicht. Bist du mit Lautsprecher? Bist du mit Lautsprecher? Na, hörst du das? Bist du deppert? Diese Höhle ist voller Mops. Ich muss mein Orges Schwert benutzen. Hahaha. Du benutzt zwei verschiedene Schwerter? Ja. Warum? Also halt... Die Haltbarkeit von denen nicht ganz so toll ist. Musst du wissen. Ja, okay, stimmt. Ich bin das ja Eisenschwerter, nicht Diamantschwerter. Das ist natürlich eine andere Sache. Okay, okay, okay. Chills mal euer Leben, Bops. Ey. Habt ihr alle ein Boscher? Also elf Level zu kriegen, ist jetzt bei mir noch ein bisschen eine schwierige Angelegenheit, befürchte ich. Weil ich nur in die Gefühlen rumgeiste, wo Redstone sowas ist. Spinner. Haha. Zombie lässt einfach Eisen fallen. Läuft bei ihm. Ja, warum nicht? Ey, ey. Sag ich ja nichts. Komm, stirb. Wieviel habe ich da eh noch? Ja, okay. Entschuldigung, ich muss da eh mal... Könnt es sich ausgehen. So komisch reden, damit Gehle nicht weiß, was ich tue. So, dann mach ich mal das da und das da. Ey, ich weiß, was du tust. Was tue ich denn? Eine Ahnung. Eben. Interessiert es mich? Ja. Oh, cool. Bin ich mir noch ein bisschen uneinig. Also, okay. Alter, da sind 20 Fledermäuse in der Höhle. Mindestens. So, machen wir mal so. Dann habe ich wieder ein paar Fackeln. Ich mache mir 36. So. Nehme ich das wieder auf. Da unten ist ein Creeper. Uiuiuiuiui. Nicht explodieren. Komm. Danke sehr. Und da ist natürlich wieder nicht das, was ich will. Das ist natürlich schade für dich. Hey, was ist das für ein Zombie? Schaut ja so komisch aus. Na, keine Ahnung. Villager-Zombie vielleicht. Wahrscheinlich. Ich brauche nur irgendwas, das XP gibt. Ja, ich auch. Ich habe jetzt sogar extra wieder runtergebuddelt. Lalalala. Ich spaziere in einer Höhle herum, um XP zu bekommen. Hm. Meine Schlucht ist ausgebeutet. Warte mal. Jetzt schauen wir noch, ob ich hier vielleicht noch zum Lavasee vordringen kann. Lalalala. Und man sieht jetzt natürlich wieder nichts. Das tut mir ja aufrichtig leid. Wow. Also ein Skelett mit Orga-Leder-Rüstung. Hat keinen Zweck. Müssen wir uns hochbauen. Wie lange habe ich noch Zeit? Sieben. Sieben Minuten. Ich habe einen Spawner gefunden. Hier. Ah, komm. Warum will ich die Attack die ganze Zeit Spawner? Lalalala. So, warte. Wirds gerade Nacht. Wo ist die nächste Arena? Ja, äh. Bei 1.700. Bei 1.800. Nein. Bei 1.600. Ja. 1.800. Ja. Okay, dann bin ich perfekt in meiner Grenze drinnen. Besser geht's gar nicht. Okay, dann mache ich mal hier Level. Das ist jetzt gerade extrem wichtig. Naja, voll. Sieben Minuten noch. Ah, ja. Okay. Jo. Wahrscheinlich. Perfekt ist der Deal ever. Ja, wieso? Ich habe sieben Emeralds, ne? Mhm. Ich hatte sieben Emeralds. Dafür habe ich jetzt über einen Stack Pfeiler. Läufts. Villager tauscht Emma. Oh. Fuck. Ähm. I think I have a problem in this moment. Ich bin gerade eiskalt in eine Höhle runtergeflogen. Äh. Und hab zweieinhalb Herz überlebt und dann sind Zombies. Mhm. Der einzige... Cool. Vorteil ist halt, dass hier jetzt wieder Sachen sind, womit man... Leveln kann. Uhuhuhuhu. Das ist das einzige, was gerade gut ist. Mit meinem Spawner kann ich auch gut leveln, muss ich sagen. Ah, fick dich doch. Was für ein Spawner ist es? Diesmal wieder Spinne? Zombie. Ohohoho. Und die spawnen einfach die ganze Zeit drei Zombies. Ah, Inslen. Ja, du, wir sind ja auf Haar. Alter, aber Hauptsache ich habe keine Schuhe an. Überlebt den Fall einfach. Ja, läuft bei dir, würde ich sagen. Also mein Plan war ja eigentlich Federvollschuhe zu kriegen für die Arena in der Luft. Aber das hat leider nicht so hundertprozentig hingehauen. Das würde auch nicht funktionieren. Dafür ist es zu hoch. Ich bin mit Federvoll-Filmschuhen von meinem Baumhaus im Big Dick runtergefallen. Und überlebt. Ja. Uhuhuhu. Das sind wieder Zombies. Und wieder drei Stück. Na super. Deine Rüstung wird so kaputt geh. Wenn sie mich überhaupt treffen. Das ist das Problem. Warte, wie viel Level brauche ich denn? Ich brauche neun oder so. Aber was wollte ich überhaupt machen? Ah, das habe ich schon. Das will ich nicht. Oder mache ich das zuerst? Oder mache ich zuerst? Ich fahre auf jeden Fall einfach noch Level. Ganz einfach. Ah. Das ist immer gut. Das bauen die ganze drei Zombies. Gibt's ja nicht. Scheinbar gibt's das doch. Juhu. Oh Gott. Und ich muss Leveln. Weil sonst meine Schuhe dem nächsten Mal ja gehen. Meine Schuhe auch bald. Ja. Das ist ein kleines Problem. Ich glaube eine Wave warte ich noch ab. Und dann lasse ich den Spawner wieder. Weil... Ich ja dann noch enchanten muss. Und in der nächsten Folge darf ich ja gar nichts mehr enchanten. Deswegen... Was werde ich diese Folge noch machen? Müsen. Na gut. Ich warte noch zwei Folgen. Das wird sich schon noch ausgehen. Aha. Ein Zombie mit Full Leder. Läuft bei Full Gold meine ich. Und er lässt eine... Golden Chest Plate... Chest Plate... Fallen. Für noch zwei Level. Oh mein Gott. Ein Mini-Zombie auf einem Huhn. Wow. Bist du deppert. Classic. Das ist extrem schnell... Herumgeflogen. Ich töte das Huhn einfach. Geflogen einfach. Original auch schon Gelrand und so aber... Einmal geht noch. Einmal geht noch rein. Ich bin jetzt hier hin. Wo? Äh... Da wo ich jetzt grad drin bin. Das passt eigentlich ganz gut so. Ja. What the fuck. Wie da viel zu viele Zombies hier herum. Alter. Es ist wirklich eine interessante Idee. Oh mein Gott. Zombie Apokalypse im Dorf hier. Ja. Leck mich doch am Arsch. Ich hab ein Elf Level. Oh. Wie geil. Passt eh mit Zombie Apokalypse. Wie geil als ein Zombie Spawner. Ist einfach ein Villager Dorf. Hehehe. Nur dass du halt jetzt noch enchanten musst innerhalb einer Minute oder drei. Äh... Drei Minuten. Das Tolle ist mein Entscheidment Table steht im Dorf. Und wo bin ich jetzt gerade? Im Dorf. Im Dorf. So schaut's aus. Ja. Läuft bei dir. Beziehungsweise muss ich entscheiden. Ich muss in erster Linie einfach nur... Ich brauch den neun Level. Läuft. Wie viel kostet eigentlich das hier? Lalalala. Lalalala. Ich bin schon oben. Ich bin gerettet. Wo bin ich? Wo bin ich? Wo bin ich? Wo bin ich? Da bin ich. Hä? Was? Wo bin ich? Bin ich auf... Das kostet 10. Hä? Wo bin ich denn? 1400. Wie kostet das? Ah da unten. Okay. Das kostet 11 und das kostet da 10. Ah gut. Das ist... Wer braucht 11 Level, wenn man 17 hat? Fing dich doch. So. Dann mach ich einmal das hier. Okay. Das geht nicht. Dafür hab ich zu wenige Sachen. Öh. Tak. 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 Kostet gleich mal 10. Läuft auf jeden Fall, würde ich sagen. Und was kostet jetzt... Das plus 10. Das plus 10. Das wär arg. 9 Stück und ich hab nur 7. Okay. Das ist dann... Ah, naja Kaplan. Ich suche Zufloch. Das ist dann voll. Oh, das ist aber auch ein cooler Deal. 8 Emeralds für ein Enderauge. Okay. Also den würde ich im... Ja. Also den würde ich im... Also den würde ich in Vanilla, wenn wir auch teilweise das End suchen, wirklich machen, glaube ich. Mhm. Dann nehm ich mir das mit. Ah, ich glaube eine Workbench nehme ich mir auch. Ne, warte. Brauche ich nichts. Die brauche ich auf jeden Fall. Okay, ich habe es mir noch nicht gemacht. Das heißt, ich mache mir das jetzt auch. Redstone brauche ich nicht. Dann mache ich das mal so. So, die Workbench ist auch dabei. Gut, äh, das heißt mir, das sind übrigens fertig. Sicher? Ja, 15 Minuten sind vorbei. Okay. Dann würde ich sagen, wir disconnecten. Mhm. Ich muss nur den Creeper... Okay, das explodiert. Passt dann. Disconnect. Gut, dann war es das für diese Folge. Ich hoffe es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut und auf Wiedersehen. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.